DW Deutsch lernen mit Nachrichten Montag, 28. Oktober 2019, 9 Uhr in Deutschland. Rot-Rot-Grün verliert Mehrheit bei Landtagswahl in Thüringen. Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit einem Rekordergebnis von 31% erstmals bei einer Wahl stärkste Kraft geworden. Platz 2 erreichte mit 23,4% die rechtspopulistische AfD, die ihr Ergebnis mehr als verdoppelte. Die CDU verlor ein Drittel an Stimmen und fiel auf 21,8%. Die SPD sackte auf einen Tiefstand von 8,2% ab, während Grüne und FDP mit 5,2 und 5,0% knapp in den Landtag kamen. Ramelows Rot-Rot-Grüne-Koalition hat damit keine Mehrheit mehr. Auf Thüringen kommt eine schwierige Regierungsbildung zu. Zweiter schwerer Schlag gegen Terrormiliz IS Durch eine Militäraktion mit US-Beteiligung hat die Terrormiliz Islamischer Staat IS eine weitere Führungskraft verloren. In der syrischen Provinz Aleppo wurde bei einem Einsatz von US-Soldaten und Vertretern des Geheimdienstes der syrischen demokratischen Kräfte, SDF, IS-Sprecher Abu Hassan al-Muhajir getötet. Ein ranghohes kurdisches SDF-Mitglied sagte, Al-Muhajir sei die rechte Hand von IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi gewesen. Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass al-Baghdadi bei einer US-Kommando-Aktion im Nordwesten Syriens getötet worden sei. Mitte-Links-Politiker Fernandes gewinnt Wahl in Argentinien. Der Oppositionskandidat Alberto Fernandes hat die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Amtsinhaber Mauricio Macri gestand die Niederlage ein und gratulierte dem Sieger. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam der Peronist Fernandes auf knapp 48% der Stimmen. Der wirtschaftsliberale Macri erhielt nur 41%. Nach jetzigem Stand ist eine Stichwahl nicht nötig. Die Wähler erteilten damit Macris harter Sparpolitik inmitten einer Wirtschaftskrise eine Abfuhr. Fernandes war mit der umstrittenen Ex-Präsidentin Christina Kirchner angetreten, die das Amt der Vizepräsidentin anstrebt. Stichwahl in Uruguay angesetzt. Uruguay wird den Nachfolger des sozialistischen Präsidenten Tabaré Vázquez in einer Stichwahl bestimmen. Nach Auszählung von mehr als 95% der Stimmen erreichte kein Kandidat die absolute Mehrheit. Daniel Martinez vom linken Regierungsbündnis Frente Amplio kam demnach auf knapp 39%. Louis Lacalle Poe von der konservativen Nationalpartei auf gut 28%. Die Stichwahl soll in knapp einem Monat stattfinden. Bei der Parlamentswahl, die ebenfalls am Sonntag abgehalten wurde, verlor die Regierungskoalition ihre Mehrheit. Im Zentrum der Kampagnen stand die kriselnde Wirtschaft. Wachsender Widerstand gegen Präsident Morales in Bolivien. Eine Woche nach der Präsidentenwahl in Bolivien und dem umstrittenen Sieg von Amtsinhaber Evo Morales formiert sich massiver Widerstand in den Reihen der Opposition. Ein breites Bündnis aus Vertretern mehrerer Parteien der Mitte und des rechten Spektrums sowie der Zivilgesellschaft forderte die Annullierung der Wahl vom 20. Oktober. Die Gruppe namens Komitee zur Verteidigung der Demokratie verlangte zudem die Einrichtung eines neuen obersten Wahlgerichts, das unparteiische Wahlen organisieren soll. Der Anführer der Gruppe, Waldo Albaracin, rief zu weiteren Protesten gegen die Regierung auf. Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Mexiko. Der britische WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton muss noch mindestens eine Woche auf den vorzeitigen Gewinn seines sechsten Formel-1-Titels warten. Der Mercedes-Pilot gewann zwar den großen Preis von Mexiko, doch sein finnischer Teamkollege und Titelrivale Valtteri Bottas vertagte Hamiltons Krönung durch den dritten Platz hinter dem deutschen Ferrari-Piloten Sebastian Vettel. Beim drittletzten Saisonrennen am nächsten Sonntag in Austin im US-Bundesstaat Texas reicht Hamilton jedoch selbst im Falle eines Sieges von Bottas schon ein achter Rang zur erfolgreichen Titelverteidigung. Soweit die Meldungen von Montag, dem 28.10.2019. langsame Nachrichten.